Ja hallo, hier ist noch mal die Lili. Die haben uns nicht lange gesehen, aber schon doch lange. Ich vermisse euch ganz doll und deshalb haben wir uns ausgedacht, dass vielleicht Sachen, das wir schon im Unterricht gemacht haben, im Netz stellen. Dass ihr das machen könnt. Wenn ihr das schon kennt, dann ist es einfacher, die das nicht kennen. Ich mache das eine kleine Erklärung, dass ihr das machen könnt. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Okay, wir haben das jetzt in Folge genannt, aber es gibt eine Mischung von verschiedenen Sachen. Wichtig ist, dass ihr Spaß habt und ja. Okay, ich stelle euch vor, dass wir Basketball spielen. Natürlich jetzt können wir nicht rausgehen. Aber trotzdem, wir stellen uns vor, wir haben hier eine Basketballball. Und jetzt Arm und Bein. Basketball. Basketball. Punkt. Punkt. Einfach wiederholen von einem und den anderen Seite. BAM-BAM-BAM. BAM-BAM. BAM-BAM, BAM-BAM. BAM-BAM. BAM. Laß alles locker. TÜM, 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 TÜM. Tick, 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 tick. Tick, 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 tick. Wichtig ist, dass ihr nie so Basketball spielt. Das wäre nicht schön. Immer gegen den Bein und deine Hand. Das hier. Kann man ganz viele Sachen sich ausdenken. Aber wir brauchen nur das. Wir brauchen von jeder Seite zweimal. Pass auf. Eins, zwei. Eins, zwei. Und nochmal. Eins, zwei. Dann auf die Ferse gehen, Knie strecken. Das muss aber schnell passieren. Ihr seht, ich kann mich nicht so lange halten. Noch einmal. Von Anfang an. Basketball, 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 Tag, Tag, Pam, Pam, runter. Ganz schnell. Jetzt machen wir mit den Armen ganz, ganz, ganz groß. Nehme ich meine rechte Beine und drehe ich mich ein Viertel. Fahne lassen und mit meiner Hüfte viermal rechts, links, rechts, links. Und dann von Anfang an. Basketball, 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 Basketball. Fersen, Fersen. Oh, die Fersen natürlich nicht. Fersen, Fersen. Tüttüttütt. Nehmen den Bein und drehen. Ein Viertel. Und runter. Und Becken. Eins, zwei, drei, vier. Oh, jetzt bin ich an die anderen Seite gelandet. Mach nicht. Basketball, 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 Basketball. Fersen, Fersen, Pam, Pam, Wuh, Wuh, Wuh. Hohne Bein, Passe runter und links, rechts, links und rechts. Wir landen immer auf der rechten Seite. Und fangen wir auch mit der rechten Seite. Basketball, 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 Fersen, Fersen, Arm, Arm, Bein nehmen. Runde. Eins, zwei, drei, vier. Und dann, wir sind da. Das könnt ihr auch natürlich mit der linken Seite machen. Dann erst mal, vier mal eben, ob wir es schaffen. Basketball, 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 Fersen, Fersen, Pam, Pam, Fersen, Fersen, Pam, Pam. Einmal nehmen. Jetzt nochmal langsam. Basketball, 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 Fersen, 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 die Tappe. Jetzt kommt meine linke Arme. So rein. Mach ich wie eine Sonne auf. Nehme ich mein linkes Bein. Das ist alles linke Seite. Nicht wackel wie ich. Wuh, oder doch. Ist kein Problem. Ein, zwei, drei, vier. Und ich bin auf der linken Seite. Da muss ich hier. Basketball, Basketball, Fab, Bam, 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 Bam. Fersen, Fersen, Pam, Pam, Tpla, T坐, Tnic, Am, Sonne auf. Nehmen das Bein. Hoch und runter. Eins, zwei, drei, vier und Taka, Taka, Tata, Taka, 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 Ferse, Ferse, Pam. Linke Arm hoch, nimm dein Bein runter, 1, 2, 3, 4, 1, mit Nummern, jetzt ist es schwer, Ferse, Ferse, linke Arm hoch, aufmachen, nimm dein Bein drittig, fallen und beginn, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, es ist nicht so einfach, aber wenn ihr einzige Sachen aufprobiert, erstes Mal, und ihr weiß in welcher Richtung sich dreht, wichtig ist, nimm bitte, wenn wir die Sonne aufmachen, nimm, ja guck mal, wir sind mit dem rechten Arm ganz groß aufmachen, und dann rechte Beine, dann gehe ich hoch und dann muss ich ab, nur 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 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 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, und runter und wiederholen, wiederholen, wie ihr das habt, und dann kann ihr ein Viertel und ein ganzes, ein halbes, ihr könnt das alles ausprobieren, aber wir machen das erste Mal nur das, mit Musik, mal gucken wie das aussieht, probieren wir mal. Basketball, 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 Fersen, Fersen, Sonne und Bein, runter, 1, 2, 3, 4, Basketball, 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 Fersen, Fersen, Arm, hoch, runter, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Fersen, Fersen, Arm, hoch, runter, 1, 2,세요, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 1, 2, 3, 5, Ich hoffe, ihr habt das geschafft, wenn nicht, wir haben ganz viel Zeit, wenn euch das Spaß macht. Okay, linke Seite. Links auf, nimm den Bein hoch, runter, eins, zwei, drei, vier, links, rechts, links, rechts, links, 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 links. Links, 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 links 1, 2, 3, 4. Ja, oben hoch habe ich mich verzeiht, aber es ist nicht schlimm. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt und ich hoffe auch, dass wir uns bald wiedersehen. Ciao.